Weihnachtsgestecke selber bauen. Aus dem Baumarkt handelt es üblich Steckmasse, Wald, ein paar Zweige, kleine Vase drunter wo Wasser reinpasst und dann wird das ganze noch geschmückt. Noch ein bisschen Moos auch aus dem Wald vom Baumstamm runter. Noch kleine Dekoartikel handelsüblich. Ein paar Tannenzapfen auch gesucht und alles zusammen fertig ist das Weihnachtsgestec. Selbstgebaut, günstig und schick.